Jungen, 3-0-3! Das in der Mitte ist... Wir sind aber auf nem Leaderboard-Kambo, checkst du das? Let's go! Ganz dicke Nummer hier. Nee, das geht nicht. Das muss der Gastrainer... Was ist Gastrainer? Der hat einfach... Der war so... Der war so on fire, der hat geschmolzenes Scham! Hast du aufgenommen, Kamo? Wir müssen das einreichen. Ist das krank! Wir brauchen geschmolzen! Ich hab legit mehr geschwitzt als im Fitnessstudio. Das war nicht normal. Ich hab so viel Fleisch! Ich hab Fleisch! Stark! Wichtig! Wir haben uns gar nicht auf ne Reihe geeinigt. Ach nee, doch! Wir haben keine Reihe! Welche Reihe nehmen wir? Irgendwo ist mit der Gastrainer. Ich glaub Mitte, Mitte, Mitte. Horizontal. Mitte, Horizontal? Das ist von links nach rechts. Was denn denn? Ich spiele mit den... Ich spiele mit den absoluten Überprofis. Und wir sind Top 5. Das ist insane! Ist das oben, wo der nach unten... Sei ruhig! Imagine, du bist der Typ, der vorher Platz 5 war. Guckst du... Wachst du auf, guckst... Wer sind denn die, die ich da meinen Platz verloren hab? Für die ich tausend Stunden gespielt hab. Und dann sieht er dich gar wohl. Junge, wenn jemand Deep Watch sieht, das ist ein Film. Das kannst du keinem erzählen. Wie willst du das vermarkten? Mann, ich hab jetzt aus kompletter Versuchung zwei Dinger gebaut. Oh, im Ruin Portal waren drei Eisenbahnen drin. Das heißt, ich kann direkt in... Ich teile ihn wieder aus. Nein, tust du nicht. Er hat einfach noch nicht kurz zu reden. Mach mir doch nicht so ne Angst, Mann. Ich dachte auch kurz, dass ich ja auszeiten war. Aber Flo hat manchmal so richtige Hänger. Der hat dann einfach, um zu reden. Ja, ich hab grad Gambo seinen Streamer geöffnet. Auf 4K. Auf 4K-Basis. Aber Flo, machst du mit den drei Eisen die Schere? Nö, einmal für... Warte, dann mach ich die Schere. Ich mach die Schere. Schere. So. Gambo, hol du mal den blauen Farbstoff. Oder halt die Blume. Das ist schon direkt Farbstoff. Äh, jo. Actually, wenn ihr irgendwo Lava findet... Machen wir jetzt Waagerecht, ja? Ja, ich hab Lava. Wenn du vom Spawn runter droppst, siehst du direkt Lava. Lava See, oder? See. Ganz viel. Okay. Machen wir jetzt Waagerecht oder Senkrecht? Keine Ahnung, was immer besser ist. So viel, wie es uns... Ich glaub, Senkrecht ist besser. Da bauen wir nur Lava Biss. Von oben nach unten. Danke. Sonst bauen wir jetzt ein komischer Sand. Ja, okay. Lagerfeuer. Oh, meine Stimme. Ton. Ton kann ich... Ist keine Lava, wenn man runterfällt. Doch, doch, doch. Wo? Welches Blumen? Ah, ich seh's. Ey, jetzt bin ich Spawned. Ist das schlecht? Es ist das Lagerfeuer Lied. Oh, come on, imagine. Back to back record. Nee, das ist also... Das ist ja jetzt schon zu spät. Schere. Schere. Was heißt das, warum... Diese Schere, das kommt... Ja, ja, das ist dieses... Das kommt aus dieser Streamer-Geschichte da. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber das hat einer aus dieser Streamer-Community. Ja, ja. Das kenn ich nicht. Ich komm aus Österreich, Gambo. Achso. Nick ja jetzt auch. Der hat uns ja verraten. Oh, ich hab schon wieder Fallschatten genommen von dem... Von... Ich bin Netter. Nice, nice, nice. Was? Ja, was bauen wir auf dem Netter? Achso, Gas drinnen, gell? Ja. Ist das denn? Ist das wirklich? Es ist ein Fieber-Traum, ja alles. Ich sag's dir, die Folge wird eine Million Aufrufe machen bei dir. Und nur von mir aber. Ja, jetzt bin ich aber in dieser anderen Höhle drin. Ah, sie hört einfach auf. Perfekt. Kein Eisen. Schade. Schade. Ja, ich muss zurück anspawn. Nur Eisen, bitte. Bei reicht doch schon. Nee, keine... Geschmolzenes Schaf. Ja, ja, geschmolzenes Schaf war eher los. Das, also... Geschmolzenes Schaf war krank. Das war killer. Vor allem, Nick war dann auch in Rage und sagt, puste! Puste! Ja, Mann! Ist das krank, ey. Oh! Sorry. Junge, ich schreit zu viel. Meine Stimme ist wirklich nicht gut. Aber ich hab... Ich hab Dias. Haben wir zwei Eisen jetzt? Ich such... Ja, ich bin in der Sonne. Also, wenn ich die hier nicht finde, dann... Also, wenn du aber nicht hast, dann... Dann hol dir wir hier... Vier Redstone. Kein Eisen weit und breit. Ah, Eisen weit und breit. Warte mal, welche Farbe sind wir? Wir sind blau, ne? Waffen wir jetzt Wertige oder Häuserzeit? Was macht ihr da unten? Wir machen waagerecht jetzt so, Punkt. Waagerecht? Haben wir eine von diesen... Äh, Skatesporn, da brauchen wir das. Oh, ich bin tot. Haben wir rote Wüste hier anhanden? Roter Sandstein. Rote Wüste. Ich loote einfach nur noch. Ich hab ein Darmensschild. Ist das gut? Ich geh jetzt runter für Eisen. Ich hatte Gas drin im Folgen. Ja, geh bitte für Eisen. Das wäre wichtig. Ja, wir brauchen halt Schere. 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 Kupfer hab ich. Ich muss jetzt mit dir schaufeln und brauche mich da anders runter. Haben wir ein Schwungesatzling? Welches Team sind wir? Blau. Wildcats. Nein! Ich hab Soulys entfällig. Das heißt, hier spawnen wahrscheinlich jetzt eher ein Gas. Aber ihr müsst... Wenn ihr nicht Gas drin habt, müsst ihr fertig sein. Okay, aber was brauchen wir noch? Was... Also, wir brauchen eine Schere? Schere hab ich, Schere hab ich, Schere hab ich. Schwungesatzling, oder? Was ist das für ein Sepp? Droppen. Ist... Dschungel, oder? Ja. Haben wir Lapis? Wichtig. Ja, dann? Nein. Können wir Lapis schnell kriegen? Bestimmt. Ich bin Gas. Weiß. Du musst ja nur noch droppen. Wir brauchen nur weißen... Ich kann ein Skelett holen. Wir brauchen nur Lapis. Okay. Und selbst? Nein, brauchen wir nicht! Ich hab Schere, ich hab Schere, ich hab Schere, ich hab Schere. Die Blume, die blaue Blume! Hab ich, hab ich. Okay, okay, okay. Hab ich schon. Ich brauche nur noch ein Seppling. Ich bin hier gerade anders am abbauen. Das ist alles nur Oak Seppling. Warum ist das Oak Seppling? Warum machst du das? Wir haben nicht die Wüste, die rote. Haben wir nicht? Warum nicht? Oh mein Gott, der Gas schießt nicht. Aber was... Wir suchen die Wüste jetzt einfach. Macht vertikal. Einfach Fackel, Clay, Lagerfeuer und hellblauer Farbstoff. Ihr braucht nur eine blaue Blume für den blauen Farbstoff. Ich hab weißen Farbstoff gleich. Okay, 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 okay. Blaue Blume kann ich dir in den Sack packen. Hab ich. Bis zum Rucksack. Okay, okay, okay. Junge, ich muss den Gas jetzt mit einer Axt killen. Ich mach Lagerfeuer, damit ich auch irgendwas gemacht hab. Ich hol Clay. Ja, bitte, das ist wichtig. Ist das dumm. Der Gastrinne ist ja in Lava gefallen. Nee, ernsthaft? Ja, weil der Gast so dumm nervig ist. Unlucky. Okay. Aber ist egal, weil ihr braucht den auch. Ab Clay. Ich hab eh eine Kohle. Ist das gut. Ich hab das Lagerfeuer gleich. Lagerfeuer hast du. Ding. Was braucht man für blau und welche Farbe braucht man für hellblau? Weiß, ne? Ja, ja, ja. Ich kann... Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nee, ich verkrafte mich, weil ich aufgeregt bin. Ich verkrafte das nicht mehr. Äh, wie geht Lagerfeuer? Ab hellblau. Lagerfeuer geht, Sticks, ähm, irgendwas. Sticks, Holz und Kohle. Auf Lock, ich brauch Lock. Ist das schlecht. Auf Lock. Und eine Kohle in der Mitte. Auf Lock. Okay, Lagerfeuer ist ready. Lagerfeuer, lead. Dann brauchen wir jetzt noch die Gas-Szene und... Fackel. Fackel, ja, ja, ich mach Fackel. Ja, ich kann keine Fackel machen. Gas so verkackt. Hast du Kohle? Gabo? Kohle? Ja, hab ich. Holz, Kohle geht auch. Äh, ich pack's in den Rucksack. Hier. Wir brauchen eine Fackel. Du kannst noch eine Fackel machen. Achso, ich dachte, du brauchst viel Lagerfeuer. Nee, ich mach, ich mach. Hopp, hopp, hopp. Ja, okay. Ja. Was brauchen wir jetzt noch? Oh, ja, ich hab's verkackt. Ich muss warten, bis noch Gas spawnt. Oh, okay. Ja, jetzt brauchen wir noch Gas. Okay. Also hängt wieder an Flo. Ja, er ist gespawnt, aber der ist so komisch geflogen. Aber du hättest es sehen sollen. Ist das einfach... Also du hast ihn umgebracht und das Ding ist einfach in Lava gebrochen? Nein, der hab ich nie angeschossen. Ich muss mich hochbridgen zu dem. Bruh. Und dann hat er auf einmal geschlossen und da war ich gerade über Lava. Aua. Sonst machen wir mal irgendwann ein anderes. Wir können ja nebenbei mal gucken, ob wir was anderes machen können. Mit Geld ist auch schon wieder am kompletten Eskalieren. Das ist ja insane. Ich kann mal Versetzling gehen. Ja, ja. Ich sehe nämlich das Video schon. Ne, den Run können wir ja noch schaffen. Also du rekordest halt nicht. Ich kann halt einfach von einem Ende ans andere Ende. Ich muss die Sachen ja auch nicht im Inventar behalten, ne? Ne, das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich Versetzling gehe, da brauchen wir ja auch die Gastrainer, bruh. Ja, was... Warte, lass... Ne, 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 lass irgendwas suchen, wo wir abseits von der Gastrainer noch weitermachen. Okay, warte mal blau, blau, blau. Ja, das könnten wir machen. Ganz rechts könnten wir machen. Was machen wir dafür alles? Glas und Schleim und Pfote. Ich hab Kaninchen. Wir können ganz rechts von oben nach unten machen. Ganz links von oben nach unten. Ich komm jetzt an, dass die Kaninchen Pfote. Ey, ihr könnt doch einfach in Nether kommen und mir helfen. Uuuuh. Boah, hier im Nether ist... So ein Schling-like-Wardo-Ding. Ich weiß ja nicht, ob hier neue Monster einfach so spawnen können, wenn ich hier rumlaufe. Wie der Server eingestellt ist. Ein Kaninchen, bitte. Das kann man doch mal anrufen und nachfragen, wie der eingestellt ist. Das stimmt. Ich schreib ihm jetzt. Was ist das? Ich hab... Ne... Ich hab keine Pfote bekommen. Boah, so ein Pfote wär auch wild. Ja... Ich geh kaputt, leider. Boah, dem Geld fehlt auch nur noch eins. Ich glaub, dieses eine ist auch, er hat die Gastrainer. Da hab ich nen Vorteil, weil ich schon hier bin. Hm. Oh mein Gott, hier geht's weiter. Okay, das Biom ist größer. Ja, ich glaub, ich krieg gleich nen Gast. Nice, 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 nice. Stark. Zieh durch. Glaub er nicht. Wir müssen mal so ein Bingo-Event machen mit unserer ganzen Grupp-Programma. Sollen wir mal machen? Ich krieg alle. Ich... Aber wenn hier jetzt vor mir gleich ein Gast spawnt, wär das so ein guter Spot, um zu kennen. Ich hör ihn. Nice. Die Leute im Chat machen schon Druck. Die werden richtig nervös, weil es schon elf Minuten sind. Was macht ihr? Elf Minuten! Elf Minuten! Das ist auch nicht unsere Zeit da. Ja, dafür haben wir eben den Rekord aufgeschickt. Was ist eigentlich der Weltrekord? 235. Naja, das... Hätten wir schaffen können. Ich bin real. Wäre machbar. Wäre machbar. Schon krank, aber wäre machbar. Also wenn wir alle wussten, genau was wir machen und die Aufgaben besser verteilt hätten, hätten wir es geschafft. Ja, ja. Also wir haben ja eh auch so 15 Sekunden alleine daran verschwendet. Und Lack war halt auch bedingt wegen... Weil ich sag's dir, es war nicht garantiert, dass der Tempel... Egal, der Tempel unter uns war. Ja, ja. Ja. Mein Gas ist, glaub ich, despawn. Ey, die brauchen immer noch die Gas. Nee, wenn die das vor mir... Das schaffen die. No way. Hast du nicht ein Gas gefunden gehabt? Ja, da ist despawn das weg grad. Äh, despawn. Naja, weil ich hab mein Boot vorhin... Wollt Boote-Mensche machen, aber da bin ich trotzdem gestorben wegen Lack und jetzt ist das irgendwo. Ach so, ja, okay, klar. Dann geht's hin. Jetzt ist das da unten. Wo ist denn dein Portal? Direkt am Spawn, ey. Naja, ich komm da jetzt eh auch vorhin. Ist ne riesiges Soul-Sand-Firm eigentlich, Richtung Süden. Rein Gas? Nice. Aber wo, ich seh ihn, ey. Was macht Rot da eigentlich? Rot macht so Kreuz- und Quer-Aktion. Äh, den Gas wieder. Ja. Ich seh ihn, glaub ich sogar. Ja, der ist über mir schon wieder. Du killst den und wenn die wieder... Ja, das ist einer der längsten Runs überhaupt. Ich seh ihn. Ja, ich muss den halt safe killen. Ich glaub ich sogar zwei. Ich fang ihn einfach in der Luft. Oh Gott, schieß jetzt, schieß jetzt, schieß jetzt. Es sind zwei oder drei bei mir. Ja, das muss es jetzt sagen. Schöne offene Fläche. Nice. Come on, come on, come on. Nein, er fliegt wieder über Lava. Ich darf nicht... Die Kugel ist auf ihn geschlossen. Das muss bei dir grad so spannend sein. Soll ich Übertragung mal machen? Nein. Ja, kommt, der ist in Prime-Spot grad. So, du brauchst noch ein Item, das kann das heißt. Ich bin das noch nicht irgendwie... Hat keine Gas-Trainer gejobbt? Okay, ich muss den anderen killen. Mööööö. Aber hier ist ein 3, hier ist ein 3. Ich hab das Bio mit dem Sand gefunden. Ich mach jetzt einfach die linke Reihe voll. Ja, okay, okay. Ich mach die linke Reihe voll. Die scheiß auf alles. Ein Holzschwert, das mach ich kurz. Mach das mal. Weil der Gas mag es echt in Lava zu warten. Nein! Warum? Ey. Du solltest ein Holzschwerp machen. Nein, was? Das ist krank. Haben die Gastrinne gehabt? Ich sehe meinen Kopf. Ich sehe meinen Kopf. Ernsthaft. Ja, jetzt noch Flo. Jetzt noch Flo. Komm schon. Wir haben 3-0-6. Ja. Stark. Crazy. Dritter Platz. Also so dritter Platz wäre halt cool wegen Treppchen. Dritter Platz wäre cool wegen Treppchen. Aber es muss besser werden. Crazy, Mann. Wir müssen halt Side-Trek machen. Bei 2,35 ist krass, aber 2,51 auch. Insane. Okay, go, 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 go. Wir brauchen sofort eine Dings. Welche nehmen wir? Ist auch wieder ein verzaubertes Buch. Ich kann nicht mehr. Rechts. Ah, Kuchen. Wir könnten waagerecht zweite von unten. Ah. Ja, die ja, Spitzhacke. Obwohl, nee, ah, Kürbiskuchen ist kacke. Vor allem Kuchen auch noch. Ähm, was holen wir? Mitte? Mitte einfach? Mitte, Senk, Senk, Senk. Ja, ja, passt. Ich suche Bastion. Pilzbüro machen wir. Welches machen wir jetzt? Äh, Flo? Äh, irgendwas. Äh, Mitte-horizontal. Ausdeckfinde in der Wüste. Dann machen wir ja Vertikalen. Ne, ne, okay. Oder mach ich ein Steinschwert. Kartoffel braucht ihr halt nur. Welches Team sind wir? Ich glaube, es ist ein Kaktus-Einverraste-Kartoffel, oder? Hm, nicht unbedingt. Nicht zwängt. Ne, Kaktus. Ja, doch. Kaktus ist schon biomabhängig. Das ist eher... Stell dir vor, der Typ vergisst, dass er live ist. Wer? Wo? Du, weil wir gerade so im Thema drin sind. Ach so. Er kleckt bei mir auch. Ach, du Kacke. Was könnt ihr euch vorstellen? Was? Hä? Als ob die jetzt wirklich denken, dass ich nicht weiß, dass ich live bin. Ah, wohl, ja. Könnte ich mir vorstellen, sagt die. What the frog? Wer hat das gesagt, Felix? What the frog? Ne, ne, ne. Oh, ich hab'n... Oh, wir könnten vielleicht sogar für Kürbiskuchen gehen. Oh, einer schreibt, auf dem Board könnte man Gambus' Nase nie übersehen. Ja, ist okay. Perfekt. Aber das ist, ähm... Wüste, Wüste müsst ihr suchen. Ja, ich bin schon dabei. Ich hol' erst den Pappstoff, aber... Oh, free. Boah, also der Ocean Temple unter dem Spawn war wild. Das war crazy. Das war auch unfassbar wichtig. Ich hab' weißen Farbstoff. Stark! Nee, ist... Dauer. Ich hab'n Shipwreck für Eisen. Ich hab' aus Blumen bekommen aber gar keinen weißen, oder? Ja, 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 wenn ihr braucht, wenn ihr braucht, guck mal, ich hab' Emeralds und Gold im Rucksack. Wenn ihr den Trader kriegt, dann checkt man. Für welchen Trader? Was für einen Trader braucht man? Wandering Trader, der spawnt random. Ah, okay. Okay. Ich bin nämlich gerade... Der verkauft manchmal komische. Auch Knochen für Weißen und so. Da, doch, hab' Weiß. Müsste... Also, wenn das kein Weiß ist, dann... Das ist ne Sonnenblume. Nee. Pusteblume. Irgendeine Blume halt. Pusteblume. Ach, äh... Pusteblume. Es ist auch grau. Ich... Mich dreht's. Natürlich ist das... Du brauchst Knochen. Wie weißt du das Gegenteil? Na... Ich muss zum Spawn. Ich... Kopfschmerzen. Zurück. Warum kriegst du Kopfschmerzen, wenn du dich hab' Spawn'n willst? Weil ich, äh... Auf der Suche nach ner Wüste bin. Ah! Weißen Dei aus ner Blume bekommt. Stark. Sag ich doch. Hat die legendäre Blume gefunden. Es ist halt... Äh... Was machen wir nochmal? Waagerecht Mitte, ne? Ja. Oder senkrecht, wenn wir was anderes finden. Ich hab Zuckerroi. Ich hab Zuckerroi. Ich hab Zuckerroi. Ich hab Zuckerroi. Ich werd' jetzt dieses Dorf anders finden. Und ne Kartoffel nehmen. Oh mein Gott, stimmt. Ich war doch immer in dem Dorf. Ja, ich such schon. Ich... Dummer Idiot. Warst du in dem Dorf? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich hab so getrollt. Warte, ich weiß aber, wo's ist. Nice, stark. Wo einer schreibt. Leute, ich zittere so krass, weil Flo mich vorgelesen hat. Ich zittere auch, dass Flo die ganze Zeit mit mir redet und mich anschreit. Ja, das macht Nick, nicht ich. Ja, ist ein Punkt. Aber irgendwer muss es machen. Ja, Mann. Sonst lernt er das nicht. Alles okay, ist okay. Und wo bin ich eben runtergesprungen? Äh, doch. Bamm. Hast du's? Ja, äh. Jetzt, bitte habt Kartoffeln. Oh, einer schreibt. Habt vorhin fett gegen euch gewonnen. Ja, und hast du auch den Top 5 Rekord? Ich glaub nicht. Wo bist du auf dem Liederbord? Ich find dich nicht. Okay, okay. Ich feier das richtig, dass Flo sowas immer so richtig mit Enthusiastus und Ernst nimmt, ey. Ich glaub, ich schreib das in meine Insta-Bio rein. Gommahd. Top 5 Gommahd-Bingo-Spieler. Boah, ich schreib das auch rein. Ich schreib das in dein Twitch-Titel. Schreib Rank Top 5. Wird Flo dafür bezahlt, dass er Gambos Chat vorliest? Nee. Gammo, ich stell dir den nächsten Rechner um. Oh, Nether-Portal? Das sagst du jetzt? Oh, ich hab aber Lava grad gefunden. Oh, der ist stark. Okay. Aber da können doch auch Schallplatten. Hast du die Kartoffeln gehabt? Ja, ich hab schon. Nee, kann nicht, kann nicht. Schallplatten. Redst du? Redst du? Ich brauche schon. Ist schon gebrauchen. Nee, es ist nicht irgendeine Schallplatte, es ist Pix-Tip. Das ist nur in Bastion. Oh, nee. Das heißt, es hängt wieder an, Flo. Ach so, Leute, bietet jetzt. Ich betret grad Nether. Kein Basalt-Dentor, bitte. Bitte, nicht Berlin. Okay, back to me. Ja, okay, Flo. Oh, es ist jetzt, wir geben den Stab an dich weiter. Ah, ich bin dabei. Alles. Ich hab' mir fehlen zwei, ob sie die haben. Ah, ich hab' genug. Ich geh' auch in Nether. Das ist das erste Mal, dass ich nützlich sein kann. Gut, ich bin nützlicher als Gamow in jedem Game. Aber die sind gut dabei. Die anderen sind nicht annähernd drauf. Ja, das Ding ist, leg ich jetzt die Beine hoch, weil jetzt Nether-Time ist, oder such' ich mir noch eine andere Linie? Ich denk, ich baue das Gamow Gaming-Haus einfach im Village rein. Ich baue das Gamow Gaming-Haus. Ich baue es jetzt einfach, ich baue das so in dem Stil von den Villagern. Bist du real nethered? Ja. Okay, geh nach Süden. Das geht nicht an, was hab' ich falsch gemacht? Weil, wenn da jetzt kein... Sind diese, was ist das für ein... Wenn dieses Obsidian so lila Risse hat. Crying Obsidian ist das. Ja, dann kann ich nicht. Ey, dann klappst du nicht. Wenn das Obsidian so lila hat. Darf ich aber jetzt auch nicht sterben. Wie schaut das Haus aus? Ich baue es nicht. Ich laufe hier gerade random durch die Gegend, bis ich ein Portal finde. Ja, ich hätt' vielleicht kurz mit meinem Höhlenportal sagen sollen, aber egal. Bis wir dort sind, dauert's. Und wenn wir da sind, sind wir eh tot. Hä? What? Ja, oben ist halt mit dem Buch, ne? Nee, oben ist... Egal. Granit... Ja, oben war wirklich viel die bessere Row. Das stimmt. Egal, das ist auf der Liste. Komm, der hat hier Kristallkriegerskin. Ich seh Flo's Kopf da vorne. Der lächelt mich an. Der kleine Melonen... Krass, das sieht jetzt jeder, der hier auf Bingo spielt. Boah, da bin ich, ja, let's gooo. Boah, das fühlt sich richtig gut an. Das fühlt sich echt verschmitzt an, wie meine Handinnenfläche gerade. Aber Kam, ich bin real. Also, dass du den Rekord auf Aufnahme hast, das ist schon crazy. Das ist schon crazy. Es ist live und auf Aufnahme, es ist crazy. Ich bin wie ein Nick auch übelst abgegangen. Näh. Ich war noch nie auf einem Leaderboard. Nur für den Job Runs. Zweite Reihe rechts Enderperle krieg ich easy und er ist die Genetertziege. Sleepy ist mir im Chat und schreibt, wir machen uns hier so fertig gerade. Jetzt, ey, das war eine Ansage, Flo, ne? Wir müssen durchziehen. Ach, der ist hier in unserer Runde? Ja, ja, ja. Der Rank 1? Team Rot. Keine Ahnung, was für mich das ist. Wo ich dem Tier zu einer, dieses Verlassene... Ich meine, das brauchen wir nicht, aber dieses... Wo du graben kannst. Grabstelle. Grabstelle. Sag mal jetzt ganz kurz schnell an, welche Linie wir nehmen. Und ich ziehe jetzt komplett durch, ich mache alle Eifel. Zweite Vertikale von rechts. Enderperle. Oben, unten. Zweite. Du brauchst Schafflash. Vertikal von rechts. Ja, ja, passt, 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 passt. Schmiedevolllage, Shipwreck, ganz wichtig. Dann machst du dich auf die Suche von einem Shipwreck. Okay, machst du dann Stein-Ding und alles? Okay, passt. Ich bin schon im Boot. Was geht los? Stark, stark, stark. Ihr könnt sonst notvolles Endermann suchen für Perlen, wenn ich keine habe. Findet man denn sonst noch Enderperlen? Endermann in Höhlen oder mit Pick'n'Traden? Da würde ich die erste Variante bevorzugen, tatsächlich. Jetzt twitterere ich übrigens noch mehr, weil Flo mich zweimal vorgelesen hat. Ich gehe direkt hole und versuche, neder zu betreten. Wenn ihr ein Portal seht, gib Bescheid. Ja. Alles klar, Chef. Gut gemacht. Haben wir eine gute Höhle. Das sind wir. Wir sind blau, okay. Team Gambo. Obwohl, mit der Leistung darfst du eigentlich nicht Teamköpfen sein. Hm? Was? Was, Bruder? Boah, Gambo darf ja so. Ja, ja. Wo lässt du mit dir reden? Mit dir kann man ja wirklich alles machen. Mann, ey, das hat so Übermaße angenommen immer. Wenn einer irgendwas sagt, boah, was, wie hat der mit dir geredet? Gut. Ich will es bitte mit rein. Ich gehe jetzt mit dem Dings mit der Shift-Track suchen. Habe ich da einen Spitzhack, ja? Ja, und Fleisch auch schon. Ich gehe mal hinter Sumpf und gehe da ins Wasser, weil wir sind unterm Spawn nämlich mies von Dings eingekesselt. Von Eis. Aber wenn ihr denkt, das ist ein schweiziges Game, wir müssen uns mal Dropper sehen. Boah, kann das jemand klippen, was ich da gerade gemacht habe? Ich habe Seerusen Jump'n'Run auf Wasser gemacht. Boah, was? Junge, das sah hoch professionell aus. Ich will es jetzt aber auch sehen. Deutsche, was, die GHG war das gerade? Wann der Deutsche? Ich habe übrigens die coole Hülle. Aber ohne Lava. Gambo macht keine halben Sachen. Noch nie. Noch nie gesehen so was. Irgendwie viele Dun... Ich habe auch enchanted, nur Pi-Apfel. Okay, ich habe hier fünf Dungeons auf einem Ort, das ist crazy. Aber links ist doch auch eigentlich ziemlich einfach. Wait, haben wir enchantedes Buch? Brauchen wir das? Nee, 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 nee. Das war letzte Runde. Ist eine Redstone-Lampe einfach? Ja. Weil, dann lass doch Link, Linkreihe machen, das ist doch viel easier, oder nicht? Linkreihe hat den komischen Sand. Den komischen Sand habe ich bis jetzt aber immer gefunden. Dann suchst du den mal einfach so nebenbei noch. Ich habe hier einen Rage-Turm. Ich weiß nicht, ob ich so was gibt. Ja, ich bringe noch sechs. Blauer Pops. Oh, blauer See. Da blubbert's. Was heißt, blauer See? Das ist fack. Blauer See habe ich gesagt. Ach, ich habe blauer See verstanden. Warte, was muss ich im Nether in dem Rollen zogen? Enderpelle. Nee. Enderpelle und Netherziegel. Ich habe ein Dorf. Ich habe vergessen, welche Reihe wir haben. Welches Team-Siegel überhaupt? Enderpelle, vertikal. Oh, es ist... Wir sind blau. Mein enchanted, der Opfer, das Feuerreiß und alles. Nice. Das ist richtig gut. Jetzt kannst du richtig deep suchen gehen. Was ist der letzte Block eigentlich? Das ist ein Netherziegel? Ich bin in dem Biom von dem Rot-Sand-Dings. Rissige Netherziegel. Mach mal den Rest fertig. Ich habe den Nether-Sand gleich. Für Rissiges brauchen wir doch wieder so einen Schleifstein, oder nicht? Da steht Rissige Netherziegel. Ja. Ja, da brauchst du Schleifstein, glaube ich. Nee, weil ich bin ja gerade in dem Dorf. Warte, dann lass mich den mitnehmen. Warte. Du musst safe einer sein. Ja, da ist immer einer. Bitte gib mir einfach so einen Schiffshack und lass es sein. Notfalls, vielleicht bin ich in der Festung und Passion, können die auch sagen, diese Dinger. Warte, welches macht einen Rot? Das Zweite auch einfach eine Amprost. Hö, die sind gleich dann. Redstone-Lampe? Ich habe eine Amprost, ja. Wait, soll ich nicht Redstone-Lampe dann Closed on einfach holen und wir machen die Reihe? Ja, können wir auch machen. Ich habe eine Amprost. Was für ein Boot? Aber warte, ein Nether-Spawn hat keinen Closed on. Ich habe Schwarzeichen. Warte, das nennt wir Rot? Nee, war blau. Die Roten haben einen Vorteil, weil die haben ein einfacheres Ding gewählt. Welche Reihe machen wir denn jetzt, Leute? Die mit Redstone-Lampe. Waagerecht oder sicher? Wie mache ich eine Armbrust? Ja, ich glaube schon. Armbrust müsste ich klappen. Wollen wir jetzt aber Eisen? Hat jemand Eisen? Oh, ich kann Eisen ranholen, warte. Es ist Eisen drin im Rucksack, glaube ich. Okay, wir brauchen Strings. Nee, ist nicht. Oder hast du? Ich habe, ich habe, ich habe. Okay, dann pack die auch noch rein. Dann kann ich den gleich noch. Enderman habe ich. Ja, easy. Wie viel Eisen haben wir denn? Eisen rein. Ich habe keinen Eisen. Ich baue es gerade ab bei einem Eisen-Golem. Sehr gut. Reicht aber, glaube ich nicht. Ich sehe mal kurz nach. Wollen wir brauchen noch eine Eisen-Axt? Eins. Ey, wir brauchen jetzt knapp zwei, dann reicht es. Wenn der jetzt drei droppt, ist es crazy. Ja, droppt doch immer zwei oder nicht. Nee. Er hat fünf gedroppt. Let's go! Äh, nee. Ich mache Eisen-Axt. Ich mache Eisen-Axt. Ja, ja, ja. Dann pack aber noch zwei rein, dann mache ich gleich Armbrust. Bitte. Ja, 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 ja. Ich möchte den Wire. So. Ist drin in der Tasche, ist in der Tasche. Ah, Closedone ist drin. Ist in der Tasche. Was ist hier? Ja, ich habe Wire und es kostet auch Rommel. Habe ich? Sorry. Jetzt fehlt nur noch die Lampe. Nur noch die Lampe. Ihr braucht nur Redstone. Ja, ja, ja. Soll ich zurückkommen? Warte mal, Redstone, 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 Redstone. Wo kann das sein? Habt ihr Milch? Nee. Soll ich Milch? Was willst du mit Milch? Wir brauchen nur noch den Closedone-Dings da. Wie mache ich das? Redstone, Closed. Wir brauchen Redstone. Hat jemand Redstone? Wir haben Armbroost. Ich baue mich runter für Redstone. Ich hoffe, ich hoffe. Weißt du, wie man das Ding dann craftet, wenn wir Redstone haben? Ja, ist ganz easy. Ganz easy. Haben wir den Rest komplett alles safe? Ja, 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 ja. Okay, nur Redstone. Äh, ich habe keine Armbroost gemacht. Muss da ein Pfeil drin sein, oder was? Nee. Nee, wir haben es. Wir sind blau, wir sind blau. Okay, stopp'ing. Junge, ich dachte, es ist ein Rot. Kurz das Herzinfarkt. Ab Redstone. Nice. Bier Redstone im Viereck, außen und rum. Und Glosedone in die Mitte. Ja, ist alles drin, was ich mache. Okay, machst du. Schnell, 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 schneller, 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 schneller. Let's go. Das war jetzt wichtig, weil er mir eine Ansage in meinem eigenen Chat gedrückt hat. Ja, okay. Gamm, sind wir durch? Ja. Ich muss mal was essen gehen. Ja, ja, ich habe langsam Hunger. Ich glaube, es sind genug gekworte für heute. Ja, waren genug Dinger. Junge, da hängt der Mann, Gamm, ich kann nicht mehr. Junge, das ist... Das ist schon crazy. Aber warte, das ist nur 17. Kalenderwoche. Ja, egal, dann machen wir das nächste Woche halt nochmal. Das müssen wir jede Woche dann machen. Das ist wild. Lass einen Daumen nach oben, abonniert die Karte, aktiviert die Glocke und dies zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Tschau. Lass einen Daumen nach oben, abonniert die Karte, aktiviert die Glocke und nicht zu verpassen. Tschau.